So, haha, drüben sind wir. Und ein Bokoblin, ein Skelett-Bokoblin, meint sich zu Wort melden zu müssen. Egal, ich verwende jetzt mal seinen Knochen als Waffe und besiege ihn dann damit. Haha, noob, noob, Fall runter, so, haha, Bockstock. Und da oben haben wir, oh, Erz. Hm, da würde ich gern hin. Sehr gern sogar. Jetzt, äh, wir müssen sogar da hoch. Wie kommen wir da hoch? Klettern? Ist eine gute Idee, ne? Ah, vielleicht schneide ich es doch nicht immer raus. Ich meine, das Ding bei dem Berg, wo ich gesagt habe, ich werde es immer rausschneiden, ist, dass man da diesen Trick nicht anwenden konnte. Verdammt. Okay, vielleicht schneide ich sie jetzt auch raus. Mal gucken. Wobei, es geht gerade. An Überhängen kann man den Trick halt nicht nutzen. Das ist ein bisschen doof. Äh, da oben müssen wir noch gleich stehen können, oder? Komm, da kann ich doch bestimmt mich mal kurz ausruhen. Komm schon. Komm schon. Mit letzter Kraft jump ich hoch. Ja, hier würde ich jetzt halt sehr gerne eine Bombe zünden. Ich glaube, das mache ich... Ich glaube, das mache ich so. Moment. Ich stelle sie einfach hier hin. Und bin ich hier sicher? Ich hoffe. Ja. Äh, okay. Das hat nichts gebracht. Weil ich werde jetzt nicht hinterher rennen. Nun gut. Dann werde ich jetzt mal hier weiter hochklettern. Ja, vorausgesetzt ich kann das, ne? Boah, ihr müsst mich jetzt auch nerven, ne? Mh, spürt mein Skelettarm. Mh, so. Ich gehe da runter. So. Hier lang. Und darüber. Dann frage ich mich, ja, wir müssen nach rechts, ne? Komm, der sieht gut aus zum Glitschen. Der Berg da vorne. Und ja, ich spanne mir B beim Sprinten. Weil ich habe das Gefühl, so sprintet man effizienter. So, das hier sieht doch sehr bequem aus. Da kann ich rumtricksen. Dann denkst du. Muss ich mir eine andere Route aussuchen. Hier zum Beispiel. Zack, zack. Nein, das war nicht mein Plan. Verdammt. Boah, das ist mega nervig. Ich werde es, äh, ich werde es rausschneiden. Nein! Ah. So, beziehungsweise ich werde einen Zeitreffer draus machen. So, da hinten haben Pferde. Ich hätte gerne ein solches. Weil die doch sehr angenehm sind. Die folgen dann den Wegen automatisch. Ups, mein Knochen ist zerbrochen. Das ist ein glücklich, ein echter von mir. Wow. Ausdauerschrecke. Ich schätze mal, die ist für irgendwas mit Ausdauer zuständig. Flederbeißer Flügel. Flügel. Flederbeißer Auge hatten wir noch nicht. Okay. Weil halt, ne. Im privaten Speicherstand hatte ich das ja schon. So, dahinter. Da, 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 da. Lauf lang. Und zähme dir ein Pferd. Ich hab gehört, die mit dem gepumpteten Rücken sind einfacher zu zähmen. Die haben... Wow. Chill. Ich wollte dir nichts antun, Mann. Was nehm ich denn jetzt? Wild. Sollte ich vielleicht mal kochen. Okay, man muss sich anschleichen. So viel steht scheinbar fest. So, und jetzt? Aufsteigen! Aufsteigen! Tätscheln! Er ist bei mir. Nein! Lauf nicht davon! Ferdi! Alter! War ich so laut? Warte, wenn ich jetzt ein... Wenn ich ein Schleichling esse... Okay, das gibt mir keinerlei Boost. Fail. Das hellere der beiden war unseres, ne? Oh Gott, schobst mich bloß nicht darunter. Aufsteigen! Tätscheln! Tätscheln! Ich spamme L! Yes! Wir haben ein Pferd! Ähm... Ah, okay. Es läuft von selber. Mit A muss ich... Gas geben, sozusagen. Und... Ja, ich... Oh, was ist denn da? Da hinten rennt ein Pferd. Okay. Ah! Ich hab jetzt Spurte. Wie in Twilight Princess. Das ist voll angenehm. Pferd zu reiten. Wow. Krass. Okay, dann... Ah, hier ist ein Weg. Dem solltest du jetzt... Was tust du? Dem Weg solltest du doch automatisch folgen. Ah, es macht eine bekannte Zelda-Melodie. Die Düdel-Düdel. Kambo. In eine anständige Medizin gehören neben Insekten auf jeden Fall auch noch Monster-Zutaten. Ich... Äh... Das wusstest du schon lange, Eselchen? Ach, du bist so ein schlaues Kerlchen. Und du... Warte. Wie schaust du aus? Oh, der... Komische Gesicht. Naja. Ähm... Und du, junger Held. Dir ist es völlig egal, was man für eine ordentliche Medizin alles braucht. Ne? Hast du die Pakete auf meinem Eselchen auch gut im Blick? Willst du meine Waren sehen? Joa. Frischfleisch und Gemüse. Beste Qualität. Äh... Aus Kakariko. Okay, wir sind richtig. Nur Esel gehen weiter. Nimm dir Zeit und such was aus. Spurt Karotte. Interessant. Ähm... Rüstungskürbis. Maxitrüffel. Ich will mal was verkaufen. Ähm... Verkaufen. Genau. Was hast du denn auf Lager? Ne, ich will eigentlich... Genau. 500 Rubine. Wow. Da kriegt man aber ganz schön viel von. Äh... Für dann. Auf der anderen Seite haben wir ihn auch erst einmal wirklich gefunden, ne? Heißt, ich verkaufe mal... Ja, den haben wir auch erst einmal gefunden. Bernstein. 30. Hm. Hm. Nein, nee, ich kaufe doch nichts. Ich bin ein Esel. Nee. Sorry. Ich kaufe noch nichts. Ich will meine Ressourcen erst einmal behalten. Los, Pferdchen. Hä, was macht der Esel da? Haha. Ah. Schreiende Nähe. Ja, aber Hauptsache das Pferd folgt... Dem Pferd. Äh... Dem Pferd. Hier. Dem... Dem Weg. Ich mach wirklich nichts. Und Kakariko liegt wie in Twilight Princess. Beziehungsweise auch wie in Ocarina of Time. In einer... Wohin rennt es? What are you doing? Lauf doch weiter. Äh... Es liegt wieder mal in einer Schlucht. Boah, irgendwie regt mich... Das auf. Das auf. Das heißt, ich werde es jetzt erst einmal ausschalten. Ich schalte es dann wieder an. Wenn... wir es mehr brauchen... Kakariko... 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 Da ist auch der Schrein. Diamantklare Morgen. Haha. See what you did there. Wow. Ist das das Dorf, das man im Trailer... Das ist das Dorf, das man im Trailer gesehen hat. Also eines der Dörfer, das erste, was man im Trailer gesehen hat, um genau zu sein. Ich muss mal lauter machen und die Musik hören. Ah, es spielt ein bisschen mit dem originalen Kakariko-Theme. Sehr interessant. So, warte, Pferdchen. Ich will zu dem Schrein da oben den noch schnell aktivieren. Und dann... Dann... höre ich die Folge auf. Leute. Denn ich nehme jetzt schon zwei Stunden auf und das ist wahrlich genug. Erstmal. Taro Nihi schreien. Wie komme ich eigentlich wieder runter? B. Mama versteckt sich. Aber ich finde sie... Äh, okay. Wieso versteckt sich die Mutter vor ihrem Kind? Du musst sehr ungehorsam gewesen sein. So. Untersuchen. Den... Ich weiß nicht, wie er heißt. Schreien. Kann... Ah. Kann man sich direkt nach Kakariko teleportieren? Wahrscheinlich nicht. Deswegen steht hier ein Schrein, ne? Hm. Das ergäbe Sinn. So. Und dann... Hinaufsteigen und zügeln. Bleib stehen. Denn ich will jetzt abspeichern und die Folge wenden. Danke fürs Zusehen. Wir sind am Taro Nihi schreien. Wir sind ganz schön weit gekommen. Ähm... Wir sind nächste Folge wieder. Wenn wir dann hier Impa suchen. Bis dahin. Haut rein, Leute. Tschüss. Euer Anonymimus. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.